Und heute ist der 6. November und es geht zum NDR. Hier geht es in den Regieraum. Wir sind in Hamburg-Lockstedt, in den Fernsehstudios. Und hier wird Regie und die Redaktion realisiert. Daniel führt uns durch die Heiligen Hallen. Hier sehen wir ein bisschen Beleuchtungstechnik. Und da wird gepostet, was das Zeug hält. Weltmarkt im 3. Hamburg-Journal und hier entsteht die NDR Talkshow. Das ist das Studio. Es sieht ein bisschen desillusionierend aus. Das rote Sofa. Daniel deckt es für uns ab. Und hier ist noch ein bisschen Licht, Licht, Licht. Das neue Moderator-Team mit der Wetterfee. Und nochmals ein wenig Technik. So sieht das Pult von hinten aus. Das ist ein bisschen Historie. Und wir sagen, das Beste am Norden war es. Hier gibt es noch mal ein paar alte Recken. Angefangen von Carlo über Willem Wieben. Und hast du nicht gesehen. Ja, das war wirklich ein schöner Tag. Kann jeder buchen, der möchte. Man muss sich entsprechend im Internet anmelden und dann buchen. Ich lege mich aufs Ohr. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.